und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde war thunder wir spielen vorherrschaft seng zu schon wieder oder letztes mal schon mal ist auch latte also kümmer wieder ein bisschen zocken ja ich hab mal wieder ein paar tipps bekommen damit soll erzielen dann leichter wir haben das passt schon macht er denn da durch spurt sie auch nicht schlecht mal gucken hier aber machen wir jetzt mal eine rolle diese bürger ja toll noch mal schauen wir haben schon alle genommen sehr gut wo ich dann hier einfach noch zu fliegen da kommen sie schon ich glaube den krieg ich nicht sicher doch wenn du mal den ein bisschen schützen was sagt denn der der pierzig die auch nicht lieber frech sonst noch hier oben da haben wir schon am brennen was mit ihm der du will ja es ist für uns er wird schon gelaufen aber was mit ihm jetzt 40 ja jetzt ist meine pferde war mir ist mir klar das ist mir klar was mit ihm nun aber abschusshilfe haha sehr schön was wir mit dem loku loku 01 das ist mir zu weit weg glaube ich jetzt kann es suchen wohl irgendwann irgendwann kriege ich dich irgendwann kriege ich dich vielleicht kurz bestimmt noch mal zurück aber getroffen habe ich schon mal einmal noch mal dann nicht überhitzen hier munition aufgebraucht der helden schon aus müssen die loku das war nicht ich habe wieder motion ausgebraucht Ich glaube nicht. Uh. Oh, da war knapp. Abschlusshilfe, sehr gut. Komms. Jawoll. Oh, warum kommt da noch mein Spitfire? Das war's Michael. Mein Traum. Huh, huh. Mein Gott. Fliegt doch in mich rein, genau. So muss das sein, du Stümper. Egal. Ich hoffe, es ist zwei Abschlusshilfen und ein Kill, glaube ich, jetzt hingelegt. Immerhin. Ja. So muss das sein. So. Boah. Boah. Ein bisschen mit dem BR4, BR4 fliegen. Weiß ich nicht in Ordnung. Da unten. Das ist ja coole Treffen, tue ich mit dem ja eigentlich relativ gut, immer, ne? Muss ich ja sagen. Lustigerweise. Gott, der feindliche, was? Wir haben die jetzt alle drei? Oh, schon mal eine Abschlusshilfe gekriegt. Mein Gott. Was ist denn da los, Freunde, ne? Mit eigenem Fahrwerk? Ja. Was denn da mit A? Kommt doch mal gucken, oder? Das Ziel wird auch schon überobert. Überobert. Erobert, meine ich natürlich. Der Rote ist platt. Ist abgeschossen. Sehr schön. Mal gucken, dass wir hier vielleicht landen können. Mal eben. Ah, da wird das schon eingenommen. Man braucht jetzt auch nicht mehr machen. Fahr reinfahren. Fällig. Klappen sind eingefahren. Was? Eliminieren? Kann ich. Kein Problem. Müssen höher fliegen. Ich hab keine Lust wieder in so einem Baum rein zu fliegen. Wie das letzte Mal. Auch wieder schon abgeschossen. Er hat gesehen, da kommen drei Stöber auf mich zu. Machen lassen wir mal. So ungefähr. Der Panzerfahrer ist schon wieder da. Ich glaube, das sind... Kann man den Punkt nicht mehr nicht auf jeden Fall. Denke ich mir. So, Megpanzerfahrer. Oder wird es hier noch so? Ah. Er wollte ohne meine Kumpels töten, ne? Ja, da hab ich ja nicht gern. Treffer, Treffer, Treffer. Hey, hey, hey! Ach, Freunde. Nicht mich abschießen. Nein, das mag ich nicht. Ich mag das nicht. Okay. Okay. Ich fühl's gleich sowieso ab, das weiß ich. Hundertprozentig sogar. Hui. Ich will mich, die Lassen ja nie locker. Die Wunder. Medizion aufgebaut, das ist scheiße. Spritleck. Freunde, hilf mir. Freunde. Hilf mir doch. Ja. Das werde ich aber nicht hinkriegen. Jetzt, spar. Jetzt wird landen. Muss ich jetzt einmal drehen. Nein, das war zu niedrig. Das war zu niedrig. Scheiße. So ein Ärger. Oh, ne weiche Landung. Hihi. Ja, ja. Ist ja egal. Mein Gott. Ich habe ja, glaube ich, wie Vincent wieder irgendwie Abschlusshilfen oder so. Get Wrecked. Was denn Get Wrecked? Ja, vier Abschlusshilfen habe ich schon. Ich hole mal einen Halt, den Flugplatz. Ich bin dabei. Oder was heißt es? Ich bin, ich habe es gerade versucht. Ehrlich gesagt. So. Okay, 89. Keine 89. Keine, keine ist wie 89. Warum habe ich schon wieder zwei? Da finde ich ja doof. Finde ich mal frech. Müssen wir wieder A oder C mal einnehmen. Äh, B oder C. Wäre mal cool. Jetzt, so waren die auch noch A. Ne. Ist natürlich sonst schlecht, weil sonst verlieren wir auf jeden Fall. Natürlich ist es nicht so schön. Kämpfer-Sniper, der steht da bei C rum. Wenn man dann aussieht. Mal gucken. Ach, ich sehe so gestartet. Au, 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 au. Boah. Ja, das Ass, ne? Du bist so ein Ass. Stück Dreck, du. Haha. Echt mal. Mal, ey. Ich glaube, da will ich nichts mehr. Schade, schade, schade. Wully. Natürlich, dass ich jetzt nicht so super viele Punkte gekriegt habe. Durch die nur durch die Abschlusshilfe. Aber das ist egal. Egal. Der Spaß am Spiel zählt. Sag ich immer wieder. Der Spaß am Spiel zählt. Warum sollten wir sonst Spiele spielen, ne? Wenn man nicht Spaß hätte an dem Spiel. Und uns gezwungenermaßen spielen müsste. Obwohl er natürlich cool wäre, wenn man ihn gezwungenermaßen Spiele spielen müsste und damit Geld verdienen würde. Wäre nicht schlecht. Da will ich den Job für nichts von machen. Ach. Ich glaube, ich glaube, ich habe schon mal abgeschossen, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe fünf Abschlusshilfen gelegt. Wie immerhin. Leider nicht geschafft, aber... Ja, fünf Abschlusshilfen und einen selbst abgeschossen. Ist doch okay. Oh, ich habe ein neues Flugzeug hier verrascht. HE-112A-0. Gut. Äh, dann würde ich gerne... Genau, den B-0 würde ich dann gerne. Den möchte ich natürlich kaufen, ist klar. Genau, und dann forsche ich einfach direkt weiter. Neuflügel. Was habe ich da gekriegt? Schlacht Trophäe habe ich wieder gekriegt. Und weiche Landung habe ich gekriegt. Guck mal mal. Dann kann ich hier jetzt auch wechseln. Ja, der kann ich noch auf A1 und so wechseln. Was kann ich denn dann ändern? Hier, kann ich den ändern? Ja, den wahrscheinlich auf jeden Fall, ne? Hä? Moment. Mal kurz gucken. Ich habe doch gerade... ...den B-0. Habe ich den da erforscht? Ach, den habe ich erforscht, oder? Ne. Hä? Ach, da ist er doch. A0, den habe ich doch erforscht. Ja, hier. Kauft ihr mal eine Mannschaft. So, fertig. Geht doch. Da habe ich ihn doch A0. Schick, schick. Schick, schick. Wollen natürlich die Flugzeuge nehmen, die noch nicht so... nicht so viele Sachen jetzt eigentlich... wo ich noch nicht so viele Aachen eingekauft habe. Aber damit beende ich jetzt die Folge auch wieder. Wie ich auch bei allen anderen Folgen sage, denkt daran, abonnieren ist kostenlos. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren, kommentieren und liken, wie immer. Ja, ja. Ja, du hast eine feine Hupe. Ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde War Thunder. Tschüss. Jungen-Jungen. Jetzt geht auch. Untertitelung des ZDF, 2020